So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Normalerweise hätte es 15 Uhr jetzt Raid am Mittwoch mit den Highlights der Woche und dem Schocker der Woche gegeben. Aber da gestern dieses Event angekündigt wurde, möchte ich jetzt aktuell 15 Uhr dieses Video raushauen. Raid am Mittwoch gibt es aber nicht am Donnerstag, sondern heute Abend auch noch und zwar 20 Uhr nach der Raidstunde, nach der Raidmania. Ja, beim Event wie Tag und Nacht erwarten euch zu jeder Tageszeit sensationelle Pokémon. Jetzt ist also Berlin Tag und Nacht in Kooperation mit Pokémon GO und das ist richtig brutal. Noch brutaler ist nur, wenn man am Ende des Textes hier sieht, da ist auch noch, dass Team GO Rocket was zurückkehrt. Denn das wurde als Grafik ja schon angekündigt, habe ich im Community-Tab geteilt, genauso wie wenig später dann eben die Event-Grafik zu dem Tag und Nacht-Event. Das sind zwei Dinge, die gleichzeitig gefühlt losgehen, obwohl das Team GO Rocket irgendwie ein Stück eher losgeht und das andere geht ein Stück später los. Und deswegen müsst ihr jetzt genau aufpassen, genau zuhören. Wir fangen trotzdem oben an. Das Berlin Tag und Nacht Kooperations-Event. Freitag, der 16. Juni, 10 Uhr bis Sonntag, den 25. Juni. Das geht also neun Tage eine ganze Woche. Von dieser Woche Freitag bis nächste Woche Sonntag. Das ist auf jeden Fall massig Zeit. Notiert euch das. Freitag, 10 Uhr, Event-Beginn. Hm. Irgendwie ist 10 Uhr immer Event-Beginn und Raid-Boss-Wechsel, aber der Raid-Boss-Wechsel diesmal von Vesprit zu Anego ist ja schon am Donnerstag. Also Donnerstag, 10 Uhr, ist der Raid-Boss-Wechsel vom Mega-Raid, vom Fünfer-Raid. Am Freitag, 10 Uhr, ist aber Event-Beginn. So. Nicht durcheinander bringen, nicht, dass ihr euch wundert, wann kommt denn Anego, warum ist Anego schon da hin und her. Wilde Pokémon tagsüber. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen tagsüber häufiger. Ladybar, Kramurx, Sonnenfell, Driftlon, Feli, Lu, Stravigel, Baumboll, Lilminip und Imantis. Imantis neu als Shiny. Ladybar brauchst du nicht, Kramurx ist ein guter Flug oder auch Unlichtangreifer. Sonnenfell brauchst du nicht, Driftlon brauchst du nicht, Feli, Lu, Stravigel, Baumboll, Lilminip brauchst du alles nicht, Imantis brauchst du nicht. Mein Highlight wäre also Kramurx, wer noch Bonbons braucht. Ansonsten, wenn ihr für die anderen Bonbons braucht, nehmt ihr auch mit. Imantis neu als Shiny, wird wieder gejagt, wird gesuchtet und es gibt es vor allem in der Wildnis. Nicht irgendwo in Raids oder Eiern in der Wildnis. Mit etwas Glück könnt ihr sogar den folgenden Pokémon begegnen, Hisui's Niebel. Und das ist für mich das Highlight der Highlights. Denn Hisui's Niebel gab es bisher ja eigentlich nur in einem Event aus 7km Eiern. Dann, was ich damals verpasst habe, deswegen mir vom Henry mal ein Exemplar tauschen musste, da jetzt wieder gucken auf männlich, weiblich Bonbons machen, Hunderter jagen, wäre auf jeden Fall krass, weil das ja auch eine eigene Kategorie dann hat im Pokedex für die Hisui-Region, die Weiterentwicklung. Das ist besonders. Das haben wir ja jetzt bei Myriador gehabt. Also von Baldorfisch die Weiterentwicklung. Der kam jetzt auch zu einem der letzten Events plötzlich wild. Das heißt, wer dachte, man hat es verpasst, kriegt es jetzt halt hinterhergeworfen, ohne dass man Eier brüten muss, ohne dass man teure Maschinen kaufen muss. Finde ich gut. Hisui's Niebel, also tagsüber mein Highlight. Imantis, Jagd, auch genial. Wilde Pokémon, nachts. Mirapla, Weberrak, Traunfugil, Lunarstein, Skunkapu, Doxybet, Darnpignon, Paragoni, Imantis. Und mit etwas Glück, Sneebel. Das normale Sneebel. Kann alles shiny sein, bis auf Paragoni. Paragoni, aber in der Superliga ein richtig gutes Pokémon, was man nutzt. Skunkapu kann auch nicht shiny sein. Nicht irritieren lassen jetzt. Ansonsten finde ich nachts die Pokémon, glaube ich, nicht so krass wie tagsüber. Was macht man hier damit? Nix. Imantis ist auch nachts da, das heißt, er ist Tag und Nacht da. Kann man tagsüber fangen, kann man nachts fangen. Sneebel normal, also Sneebel als Eisangreifer, Undichtangreifer, hat was. Aber für mich interessanter, das Hisui's Sneebel. Imantis bei beiden. Und ansonsten, ja, sind die Spawns trotzdem nicht mega krass. Aber in Ordnung. Es wird wieder eine Spezialforschung geben. Darauf freue ich mich jetzt schon. Und ich kann auch ankündigen, wenn es wieder jemanden gibt, der mir diese Forschung schenkt, kauft, erwirbt, werde ich wieder versuchen, am Freitag ab 10 Uhr rauszugehen, Video zu machen mit den Kapiteln der Forschung und das eben festzuhalten für die Leute, die die Forschung nicht haben. Diese kostet diesmal 5 US-Dollar. Eine Spezialforschung namens Sternenhimmel. Die Tickets, bla bla bla, führen zu einer weiteren Begegnung mit Cosmog und sind von Freitag bis Sonntag, den 25. Juni, erhältlich. Das heißt, solange das Event läuft, solange könnt ihr diese Forschung auch erhalten, ist keine befristete, begrenzte, sondern eine Spezial, die immer rechts im Spezialtab steht, die ihr jederzeit abschließen könnt. Selbst wenn ihr die jetzt anfangen, habt ihr dann unendlich Zeit. Cosmog auch an sich ein beliebtes Pokémon, was sehr selten ist im Moment noch, wo man dann eben Lunala und Solgaleo draus entwickeln kann. Wer sein Cosmog damals entwickelt hat und nur eins hat, bräuchte eh noch ein zweites Cosmog, um das andere noch zu machen. Oder man hat es auf einem kleinen Account sich noch geholt, rübergetauscht und dann eben trotzdem beide, dann fehlen aber die zwei Vorstufen noch. Ihr seht also, es ist mega kompliziert. Ich hätte Bock, diese Forschung mir zu holen. Wenn die mir keiner schenkt, hole ich sie mir wahrscheinlich auch einfach selber. Also tut euch keinen Zwang an. Wenn die einer schenkt, dann gut. Wenn nicht, hole ich die mir selber, um die zu zeigen. Ich habe Bock auf das zweite Cosmog. So. Steht da sonst noch was dabei? Wahrscheinlich nicht. Hm, 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 hm. Webstore. Webstore, pff. Ich habe bisher noch nie in den Webstore geguckt, muss ich sagen. Da gibt es eine Sonnenwende-Box. Stark vergünstigt. Drei Fernredpässe, neun Superbrutmaschinen, neun goldene Himibeeren. Wenn ihr den Webstore kennt, dann guckt halt mal rein. Guckt euch die Angebote an. Ist jetzt was, brauche ich nicht. Geht aber hier vorbei. Eventboni generell während des Events. Doppelter Fangstaub. Neun Tage lang. Während des Events erscheinen weltweit wilde Lunar, Lunarstein und Sonnenfeld. Die sind ja eigentlich auch regional. Erscheinen jetzt aber während des Events in allen Regionen gleichzeitig überall. Überall Raids. Es wird Raids geben. Stufe 1, Sneebel, Hisui-Sneebel, Wuffels, Imantis. Warum sollte man die raiden, wenn es die alle wild gibt, außer Wuffels? Wuffels wäre der einzigste, den man exklusiv immer noch nur in den Raids bekommt, außer man brütet Eier. Ich würde aber keinen Imantis oder die Sneebel machen. Die findet ihr ja auch so. Ansonsten in den Dreier-Raids, Nocto, Psyjana nach Tara, Staraptor. Sehe ich jetzt auch keinen Zweck drin. Psyjana fand ich immer cool, aber es gibt bessere Psycho-Angreifer mittlerweile. Nach Tara nutzen manche in der GBL Staraptor vielleicht als Flugangreifer, aber vielleicht habt ihr da auch was Besseres. Also Raids ist für mich nichts dabei, außer der Fünfer. Der Sechser, nämlich der Mega-Raid, wird dann Mega-Gewaltro sein. Nachdem Sumpex jetzt fort ist, kommt Gewaltro rein. Wer den Raid-Day damals verpasst hat, hat jetzt also genügend Zeit, auch Mega-Gewaltro zu machen, Mega-Energie zu sammeln. Ansonsten kommt Anego zurück, was der beste Gift-Angreifer ist im Spiel. Eine Ultra-Bestie mit Einführung als Shiny. Da würde ich vielleicht sogar richtig draufgehen auf das Teil, weil das eben mega stark ist und cool aussieht. Gerade auch als Shiny, dieses Weiße mit dem goldenen Rand, gefällt mir sehr gut. Ob da der Raid-Bus durch Dortmund rollt oder wie auch immer, weiß ich nicht. Oder man anders gucken muss. Raids für Zuschauer. Lohnt sich das? Vielleicht? Ansonsten ist das ja lange da, hoffe ich. Dass man ein bisschen was machen kann. Pokémon bei Feldforschungen. Es gibt zum Event wie Tag und Nacht passende Feldforschungen mit Imantis. Gibt es also aus Raids, gibt es Wild, gibt es aus Forschungen, vielleicht sogar aus Eiern. Von Eiern steht ja nichts. Sammler-Herausforderung. Es wird auch wieder eine Sammler-Herausforderung geben, wo ihr Staub bekommt und auch nochmal eine Begegnung mit Imantis. Das war alles zu diesem Event. Und jetzt kommen wir zum Rocket-Teil, der wohl für die meisten sowieso wichtiger ist und interessanter ist. Team Go Rocket ist zurück. Von Mittwoch, dem 21. Juni, bis Sonntag, dem 25. Juni. Das heißt, nicht diesen Mittwoch, weil das wäre noch vor dem Event. Mitten in dem Tag-und-Nacht-Event startet dann ab der Hälfte also noch das Team Go Rocket-Event. Ihr fangt also am Freitag an mit dem Event. Am Mittwoch nächste Woche kommt dann das Rocket-Event dazu. Und alles endet am Sonntag. Wir wissen ja, momentan gibt es Regi-Eis bei Giovanni. Jetzt wechselt er, dass ihr dann Regi-Rock bekommt, wie hier auch zu sehen. Rettet Regi-Rock als Krypto. Krypto-Regi-Rock also. Wer das braucht, kann es sich holen. Einmal würde ich es mir sowieso holen, dass man eben jedes Krypto-Pokémon einmal hat. 100er Regi-Rock habe ich schon, brauche ich also nicht. Ist mir also auch egal, wie gut die IV sind. Einmal wird er geholt, sicherlich auch da ein Video dazu gemacht, wie ich meins abhole und wie gut das ist. Das Besondere hoffe ich, Frustration, ja, steht dabei. Team Go Rocket erscheint häufiger bei Pokestops und in Ballons. Kennen wir ja. Ihr könnt eine Lade-TM verwenden, damit ein Krypto-Pokémon die Ladeattacke Frustration vergisst. Viele haben sich aber schwer, dass letztens die Mewtwo-Rades waren, Krypto-Mewtwo da und die Mewtos nutzlos sind, weil die alle Frustration haben und man das nicht verlernen kann. Alle warten also immer, bis ein Rocket-Event kommt, um dann mit einer normalen Lade-TM Frustration zu vergessen und die ursprünglichen Moves durchzugehen. Für Spukball und Psycho-Stoss braucht ihr aber trotzdem eine Top-Lade-TM, weil das eben Legacy-Moves sind, die ihr sonst nicht kriegen könntet. Da habe ich einiges an Mewtwo und auch an anderen Krypto-Pokémon auf der Hand gesammelt, wo ich das auf jeden Fall anwenden muss. Tipp nochmal, geht auf die Lade-TM, dann kommt ihr in die Pokémon-Suche und gebt in der Pokémon-Suche Add Frustration ein. Das zeigt euch alle Pokémon, die die Attacke Frustration haben und dann könnt ihr die einfach anklicken, wechseln, anklicken, wechseln, anklicken, wechseln, anklicken, wechseln. Wenn ihr erst auf das Pokémon geht, dann ein Item auswählt, dann die Lade-TM, dann bestätigt und dann wieder im Menü seid und dann wieder ein Pokémon auswählt. Das dauert viel zu lange, das hört auf damit. Geht auf das Item, dann sagt es euch, auf welches Pokémon willst du es anwenden. Add Frustration eingeben, zeigt ja alle, die Frustration haben und dann klickst du nur noch in dieser Liste, zack, 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 die einzelnen Pokémon an, bei denen das dann verlernt wird. Geht auf jeden Fall schneller. Natürlich werden auch wieder die Krypto-Pokémon durchgewürfelt. Es kommen neue Krypto-Pokémon dazu, die Bosse werden ihre Pokémon wechseln, die Leader, sagen wir mal. Es gibt dann natürlich auch neue Shiny-Krypto-Pokémon. Ob das alles dabei steht, wissen wir nicht. Mir blickt ein, was hier, ein, was fällt mir ins Auge und zwar Krypto-Kaumalad. Die Team-Go-Rocket-Rübel und ihre Anführer setzen jetzt andere Krypto-Pokémon ein. Bla, 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 mit etwas Glück, auch anderen schillernden Pokémon. Welche die jetzt sind, wissen wir noch nicht. Müssen wir dann mal gucken. Hm, 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 hm. Ja, das ist halt nur eine kleine Auswahl. Krypto-Alola-Kleinstein, Krypto-Ladybar, Krypto-Kaumalad, Krypto-Kaumalad, wird auf jeden Fall mega interessant. Ob der dann ein Bodenrüpel ist, ob der dann ein Drachenrüpel ist oder ob der vielleicht bei Cliff, Alu oder Sierra rumhängt und dadurch dann auch direkt Shiny sein kann, das sehen wir dann. In den 12-Kilometer-Eiern tut sich auch noch ein bisschen was. Es kommt nämlich auch noch ein neues Shiny dazu. Und zwar, diese Pokémon können derzeit nur aus 12 Kilometer-Eiern ausgebrütet werden. Garnowill, Gladiandri, Skalük, Pam-Pam und Molung. Also Lavitar ist weiter drin, Absol, Pionscora, Garnowill, da warte ich ja auch mal, ob der Mann C-Day bekommt. Zuru-Cakes, Gladiandri, Skalük, Kapuno, Pam-Pam, Iskala, Algit, Molung. Molung, wer noch kein weibliches hat, freut sich vielleicht mal eins zu bekommen. Pam-Pam, jetzt mit Shiny-Einführung. Gab es bisher noch nicht Shiny? Ich habe damals auch einen 100er bekommen, habe ich mich auch mega gefreut, weil der nur da in den, den gab es kurz mal in einer Raids. Aber jetzt eben nur über die 12er-Eier, jetzt auch Shiny-Einführung bei Pam-Pam. Ich bin also gespannt, der wird nach einer Zeit irgendwann von alleine kommen, da würde ich jetzt nicht aktiv drauf brüten, sondern mir der unendlichen immer mal ein 12er-Ei reinlegen und warten, dass der kommt. Meine Highlights also, ja, trotzdem die Pam-Pam-Shiny-Einführung. Krypto-Kaumalad, mal gespannt, ob der auch shiny kommen wird und dann eben bei den Bossen rumhängt. Frustration verlernen, Krypto-Regirock einmal mitnehmen, Imantis-Shiny-Hand, Anego-Hunderter-Hand und Hisui-Sniebel als Hunderter irgendwie zu bekommen. Plus Spezialforschung, plus allem drum und dran, hin und her. Wird also eine richtig krasse Zeit werden, neun Tage oder so, von Freitag bis Sonntag, die Woche drauf. Was sind eure Highlights, auf was freut ihr euch? Schreibt es mal in die Kommentare, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.